Der Weisheitszahn-Extraktionsprozess, impaktierte Zahnähe sicher entfernen. Weisheitszahnähe sind die letzten Zahnähe, die im Mund erscheinen, und sie sind oft diejenigen, die die meisten Probleme verursachen. Einer der haufigsten GA1,4N der FA1,4R-Beschwerden im Zusammenhang mit Weisheitszahnähenen ist, wenn sie nicht genug Platz haben, um vollsterendig herauszuwachsen. In solchen FA-Len werden die Weisheitszahnähe impaktiert und MA1,4N maglicherweise entfernt werden. Der Prozess der Entfernung impaktierter Weisheitszahnähe, auch bekannt als Weisheitszahn-Extraktion, kann FA1,4R manche Menschen beeinstiegend sein. Es gibt jedoch keinen Grund zur Sorge, da die moderne Zahnmedizin A1,4BER fortschrittliche Techniken werfe 1,4GT, um den Eingriff sicher und schmerzfrei durchzuvereinviertelrennen. In diesem Video werden wir den Weisheitszahn-Extraktionsprozess genauer betrachten und erklären, wie impaktierte Zahnähe sicher entfernt werden kann in Grund FA1,4R die Entfernung von Weisheitszahnähenen Wie bereits erwahr HNT, sind impaktierte Weisheitszahnähe einer der haufigsten GA1,4N der FA1,4R-Beschwerden im Zusammenhang mit Weisheitszahnähenen. Impaktierte Zahnähe sind solche, die nicht Gena1,4GT Platz haben, um vollsterendig herauszuwachsen, was zu Schmerzen, Schwellungen und Enza1,4Endungen im Mundbereich FA1,4R renn kann. Dara1,4BER hinaus kann in impaktierte Weisheitszahnähe auch andere Zahnähe im Mund verschieben und das Risiko von Caries, Zahnfleischerkrankungen und anderen Problemen erhören. Aus diesen GA1,4D empfehlen Zahnerärzte oft die Entfernung von impaktierten Weisheitszahnähenen, um weitere Komplikationen zu vermeiden. Der Weisheitszahnextraktionsprozess Der Prozess der Weisheitszahnextraktion beginnt mit einer GA1,4Endlichen Untersuchung und Diagnose durch den Zahnarzt. In einigen FA-Len kann in RA-Entgehenaufnahmen erforderlich sein, um den genauen Zustand des Weisheitszahns und die umgebenden Strukturen zu beurteilen. Sobald die Diagnose gestellt wurde, wird der Zahnarzt einen Behandlungsplan erstellen und den Patienten A1,4BER den Ablauf des Eingriffs informieren. In den meisten FA-Len wird die Weisheitszahnextraktion unter artlicher Beta-Ubung durch Gefahr 1,4HRT, um Schmerzen warrent des Eingriffs zu minimieren. Der eigentliche Extraktionsprozess beginnt mit der A-Öffnung des Zahnfleisches, um Zugang zum Weisheitszahn zu erhalten. Je nach Position des Weisheitszahns kann es erforderlich sein, das umliegende Gewebe zu entfernen oder den Zahn in mehrere Stahreinviertel CK zu zerlegen, um ihn leichter extrahieren zu kannen. Sobald der Weisheitszahn entfernt wurde, wird die Wunde gereinigt und mit Natten verschlossen. Der Zahnarzt wird dem Patienten Anweisungen zur Nachsorge geben, um eine schnelle und problemlose Heilung zu gewahrleisten. Risiken und Komplikationen Obwohl die Weisheitszahnextraktion ein routinemariger Eingriff ist, birgt sie wie alle chirurgischen Eingriffe gewisse Risiken und Komplikationen. Zu den maglichen Komplikationen gehören Infektionen, Blutungen, Nervenschaden und Probleme mit der Bundheilung. Es ist wichtig, die Anweisungen des Zahnarztes genau zu befolgen und regelmaeige Nachuntersuchungen durchzufahren ein Viertel rennen, um eventuelle Komplikationen fra ein Viertel zeitig zu erkennen und zu behandeln. Tipps zur schnellen Genesung Um die Genesung nach der Weisheitszahnextraktion zu erleichtern, gibt es einige Dinge, die Sie tun, Karnin. Hier sind einige Tipps, die Ihnen helfen, Karnin, schneller zu heilen und magliche Komplikationen zu vermeiden. Befolgen Sie die Anweisungen des Zahnarztes genau und nehmen Sie alle verschriebenen Medikamente ein. Vermeiden Sie es, in den ersten Tagen nach der Extraktion feste Lebensmittel zu essen und trinken Sie keine Hayaien-G-Trainke. Spareinviertel-Len Sie Ihren Mund regelmaeig mit einer desinfizierenden Mundspareinviertelung, um Infektionen zu vermeiden. Vermeiden Sie es, in den ersten Tagen nach der Extraktion zu rauchen, da dies die Heilung beeinträchtigen kann. Vermeiden Sie anstrengende körperliche Aktivitäten und vermeiden Sie es, Ihren Kopf nach unten zu neigen, um Blutungen zu reduzieren. Fazit Die Weisheitszahnextraktion kann FA-1-Viertel-R manche Menschen beeinstiegend sein, aber mit modernen Techniken und einer sorgfaltigen Nachsorge kann der Eingriff sicher und schmerzfrei durch Gefahr-1-Viertel-HRT werden. Es ist wichtig, die Anweisungen des Zahnarztes genau zu befolgen und regelmaeige Nachuntersuchungen durch zu FA-1-Viertel-Ren, um eventuelle Komplikationen FA-1-Viertel-Seitig zu erkennen und zu behandeln. Indem Sie die Tipps zur schnellen Genesung befolgen und sich um Ihre Mundhygiene K-1-Viertel-Mehren, kann Ihnen Sie sicherstellen, dass die Weisheitszahnextraktion so reibungslos wie Maglich-Werla uft und Sie schnell wieder zum normalen Leben Zura-1-Viertel-Kirkehren kann Ihnen.